Das fand ich jetzt irgendwie fies, ne, was du gesagt hast. Hat mich jetzt so ein bisschen schon verletzt, ne? Gerade dich. Der Holzklotz. Sag mal, hörst du mal auf jetzt? Was denn? Ist so. Warum tust du mir so weh? Das ist Liebe. Das ist keine Liebe. Das ist Liebe. Dir zu sagen, wie durstpasslich du bist. So, hier war unser Spawnpunkt. Ich muss essen. Und bitte, bitte, lass die Dorfbewohner dann leben, ja? Aha. Aha. Die wollen nur leben. Mehr wollen die gar nicht. Ich auch. Ich muss eine neue Karte, glaub ich, aktivieren, kann das sein? Ja, muss ich. Boah, die ganzen Bäume hier fällen, äh. Toll, das war doof. Aber macht nix. Ich kann hier nachher zusammenfügen, oder? Wie groß ist denn der Berg? Oh, ne. Da so groß wie er halt ist. Ja, weißt du, wie weit... Alter, bis ich den ganz abgetragen hab, irgendwann erst Ostern, Neujahr. Na, in einem Tag. Auf. Na gut. Stück für Stück. Ich folge meinen Fackeln jetzt. Oh, das Bule. Oh, das ist jetzt ohne Flachs. Ich hab jetzt mal geguckt, ey. Bis ich das Ding da abgetragen hab, ne? Mhm. Oh, das Ostern, Neujahr, in einem Tag. Muss aber offscreen machen. Da vermisst man schon so ein bisschen die anderen Funktionen, ne? Oder? Oh, so ein bisschen. Weißt du, was da drauf geht? Naja. Mann, das erst mal Stück für Stück. Oh, das ist ja so. Ich hab meine Fackeln verloren, oder? Alter Schwede, ey. Hallo? Ist da wer? Ich mach das erst mal echt Stück für Stück. Und dann baue ich nachher ein bisschen weiter. Ah, wie weit muss ich denn abbauen, damit ich da noch einen Stall hinkriege? Oh Gott. Also bis hier auf jeden Fall. Weil ich wollte einen Hühnerstall separiert bauen. Okay. Why? Darum. Okay. Why? Weil das mit den Kühen zu eng wird. Du bist auch eng. Ist wirklich so. Ist es draußen ein Hund am Bellen? Ja. Okay. Weil ich gut hören kann, ne? Es ist nicht unser. Ne, ne gut. War mir jetzt schon klar, irgendwie. Was hab ich mir hier vorgenommen? Das war sie auch nicht. Okay. Ich muss irgendwo Lava sein. Ah, da ist die Lava. Weil hier brennt es. Aufgewicht ins Dorf. Das ist das Dorfleben. Alter, du atmest wie... Ich will sie nicht. Und da geklickte, äh, alter, was du ausschlägst bei mir. Tuch, 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 tuch. Alter Schwede. Hab ich mir da was vorgenommen. Oh, jetzt darfst du bitte nicht dunkel werden, ne? Ich bin im Wasser bin. Ich könnte den Stahl... Anders um. Ich hab schon eine Idee. Ich glaub, ich mach jetzt erstmal mal Pause vom Abbauen. Warum? Weil ich jetzt was baue. Kannst du das Abbauen nicht mehr sehen? Hey, ich muss noch einen riesen Berg abbauen. Das wollte ich aber nicht machen. Der ist riesig. Ich hab jetzt mal geguckt, wie groß der ist, ne? Wie weit der geht. Guck, bis ich den abgebaut hab. Da bin ich ja Weihnachten und Ostern noch dran. Ey, das ist kein Spaß. Also, das ist wirklich riesig. Määäää. Auf dem Weg zum Dorf. Alter, was für ein Weg das ist, bis zum Dorf, ey. Ich wollte hier so einen riesen... Ja, den ganzen Berg abbauen. So zum Teil. Was denn? Da hab ich eine riesen Fläche und da kann ich riesen viel bauen. Vielleicht mach ich auch nicht den ganzen Berg, vielleicht mach ich nur ein Teil und... mal Stück für Stück. Mal Stück für Stück. Weil, äh, ein Berg abzubauen und abzutragen ist echt... ein Megaprojekt. Ist ein Projekt für sich, das stimmt, ja. so. So, jetzt wollte ich, genau, jetzt wollte ich mal eben runter. Ja, ich brauche... Das ist die nächste Fackel, okay. Und das war ein Fackel. Äh... Die Hühner ging mir auf den Sack. Lass die Hühner in roh. Oh, das ist echt so weit, der Weg? Hab's vielleicht verdrängt? Ach, boah, aber da ist er. Da ist, da ist das Dörfchen schon. Ich seh schon, ich seh schon. Oh nein. Über... Schon wieder Überfall, Räuber 2. Warum wird denn das Dorf hier mal überfallen? Ja, wenn du da bist, wird das doch... Haben wir doch schon festgestellt. Wenn du in der Nähe bist, wird das öfters überfallen, als wenn du nicht da bist. Non-stop. Hier ist ja kein einziger mehr. So. Doch, einen höre ich noch. Aua. Ein einziger ist noch hier. Es wird öfters überfallen, wenn du dort bist. Ich geh mal, ich geh mal einmal im Game-Mode ändern. Jetzt einmal auf Kreativ... Aaaaah! Kreativ, Vorsicht! Jetzt sind wir auf Kreativ. Ähm... Wo kann man denn hier... Kann man auch hier suchen? Äh... Spawn... Oh... Spawn. Phileadamarspawn-Ei, Beanspawn-Ei, Lohnenspawn-Ei, Katzenspawn-Ei, Höhenspinnenspawn-Ei, nein, Huhenspawn-Ei, Kabeljauch-Spawn-Ei, Kuh-Spawn-Ei, Creeper... Ne, die wollen wir nicht. Delfin! Okay, Esel. Oh, Delfin! Ein großer Wächter. Was ist ein großer Wächter? Gott, was ist ich? Wann ich auch nicht. Äh... Lama, Wüstenzombie, Pferdespawn-Ei, Wächter-Zo... Garst, Fox, Spagier, Endermann, Magma, Mashroom-Spawn-Ei, Maultier-Spawn-Ei, Ocelot, Panda, Papagei, Phantom... Warum denn jetzt? Ja, warte, ich lege mich hin. Wie lege ich mich denn jetzt hin? Äh, Ich brauche ein Bett. Warte, ich lege mich irgendwo hier in irgendein Bett. Hier werden ja wohl... Weg, lass mich in Ruhe. Ich, 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 hab hier irgendwelche Spawn-Eier, ey. Aber noch nicht das Richtige. Ich hab grad, hab grad Rückenweh, weil bei mir was falsch hängt. Hier ist auch kein Bett, das gibt's doch nicht. Was ist denn das für ein verkacktes Dorf, ey? Was sind denn Betten hier? Kein Wunder, die alle ausgestorben sind. Ohne Betten. Gibt's doch nicht. Oh, ich seh schon Spinnen. Oh, endlich ein Bett. Lass, lass mich rein da. Oh, Gott sei Dank. Guten Morgen, Welt. Genau. Spawn. Äh, Villager. Heißt die Dorf? Dorfbewohner Spawn-Eier, Dorfbewohner Zombie-Spawn-Eier. Ich will nur ein Dorfbewohner, Spawn-Eier. ich geh wieder im, verschwinden die, wenn ich die, wenn ich jetzt den Game-Modus endere? Was ist ich denn nicht? Na, versuchen wir da erstmal. Woher soll ich das denn wissen? Adventure war mal, ne? Ne, Survival war mal. Zack. Ne, ich hab sie noch. So, jetzt will ich erstmal wissen, was ein großer Wächter ist. Ich hoffe, ich muss nicht gegen ihn kämpfen. Höh! Ähm, ja, scheinbar ist das nicht so gerade gut. Aua! Ich bin so, was ist denn denn? Er greift mich an. Es ist ein Auge. Es ist ein Auge. Aua! Oh, ich hab irgendein neues Rezept versehentlich gelernt dadurch. Okay, die haben Prismascherben. Entschuldigung. Entschuldigung. Du bist auf der Sicht. Ich würde ja gerne hier vermehren, aber die rennen immer weg. Das ist ein komischer Dorfbewohner aber auch. Hi! Machen wir mal voll hier, die Bude. Gegend, ey. Jetzt hab ich leider kein Eisen dabei, oder? Also nicht genug Eisen. Und ihn jetzt meiner... Aber ich seh jetzt auch keine... Überfall... Überfall... Verbleibende Räuber. Zwei. Aber ich seh keine Räuber. Das hatte ich vorhin schon mal das Problem, ne? Äh, das hat die letzte Mal schon das Problem, ne? Jo. Ja, wir cheaten jetzt. Aber... Wie gesagt. Ist nicht böse. Nur weil er alle... Krepieren lassen hat. Jo. Ich dachte, die nehmen Brot an. Um sich zu vermehren. Normaler... Äh... Ja, irgendwie vermehren die sich mit Brot. Sag mal... Hab ich die... Sind das die Fehlenden, die ich jetzt gewundert? Zwei, drei, vier... Ah... Das ist ein roher Kabeljock, den will ich nicht essen. Jetzt hab ich natürlich keine freie Karte mehr. Ist auch sehr gut. Ich finde die... Ich finde die... Ich finde die ein... Also die Verbrecher jetzt hier nicht, ehrlich gesagt. Also die Räuber. Verbleiben zwei Räuber. Ich bin teilweise voll die Lachs. Das ist ja was. Ah ja, hab ich jetzt auch gerade. Warum? Liecht nicht an uns. Also nicht an unserer Verbindung. Das liegt hier echt... und von dort also ich habe nervig wird bei der aufbau ist was das ist egal ich bin gerade hier am holzen wird auch ich habe ja 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 weiß das ist nicht abgebaut hast ich hätte nicht erging jetzt daran dass ich jetzt gerade gehen und Ich kann den Server gleich mal eben in der Pause neu starten. Das würde mir jetzt gerade so einfallen. Ah ja, gucken wir gleich mal. Ähm. Au! Alter, was bist du denn? Äh, ist das ein Bulle oder sowas? Was ist denn das? Das Vieh greift auf jeden Fall an. Ein Stier? Ja, die Wütter was hier? Ich kann nicht. Hat's Hörner? Ja, ich glaub schon. Aua! Ich glaub schon. Alter. Geh weg. Ich wollte ja jetzt eigentlich nur die verbleibenden Räume am suchen. Habe ich jetzt Eisen dabei? Nein, natürlich nicht. Ich muss gleich mal gucken, wie ich das gleich mag. Mit den Hühnchen. Ich weiß nicht, wann ich was abgebaut hab. Mhm. Wenn man gleich ein Päusken und dann, ähm... Das wär ja echt vorteilhaft, also das ist langsam echt... Dann starte ich da gleich eben hier neu. Das ist echt blöd. Du siehst nicht, wann du was abgebaut hast. Oh, hier ist Eisen. Ich brauch noch ganz viel Weizen. Ich mach hier hinten gleich ein riesen Weizenfilter hin. Das sollte ja eh hier so hin. Oh, das ist echt ätzend gerade. Ja, du siehst... Connector, also das ist... Naja, und du siehst hier nix. Ja, das ist geil, ne? Mh. Das ist echt nervig gerade. Ja, ist es. Ja, besonders wenn du gerade irgendwo rausbaust oder so. Warte mal, ich wollte gleich mal... Ah, ich weiß viel. Da, da, da. Oh, Slip, Slip, Slip. Sag mal, was macht ihr denn da, äh? Die vermehren sich. Was weiß ich. Ja, das weiß ich nicht, aber... Die... ...drehen sich hier gerade alle um ein einziges Bett, äh. Okay. Ah, guck mal, hier sind Schafe. Es wird schon wieder dunkel. Ach, nö. Echt? Nö, bei mir war das nicht. Ich brauch Holz. Das Hand. Ich hatte doch gerade nur ne Schere in der Hand. Wo ist meine Schere hin? Ach, jetzt auch wenn ich... Ich hab keine Schere davon. Nö, Alter. Alter, bin ich blind. Ein paar Becken hier gleich machen. Guck mal her, du Schaf. Geile Schaf. Nö, ihr Schafe. Euch fang ich auch gleich für die Dorfbewohner. Ich hab da gerade noch eins gesehen. Ich kann's das noch. Nö, ihr Schafe. Die... Hab ich denn? Hab ich nicht. Hab ich denn? Hab ich nicht. Wir haben noch mal einen Zaun. Brauch ich euch hier gleich mal ein paar Päckchen. Aber wie ging nochmal ein Zaun? Ähm... Warte, 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 warte. Achso. Ah, okay. Hast du? Hab gefunden. Okay. Na, hör auf. Mit diesem automatischen Springen ist manchmal echt anstrengend. Ich glaube, es ist dunkel. Ne, ne? Ne, doch nicht. Ne, ne. Das war nur gerade so von unten aus. Hm. Kann ja nicht sein, dass die hier keinen einzigen Haukasten da haben. Alter. Hä? Warum nicht? Hä? Das Spiel gerade immer auch abgeraucht. Also rausgeblendet. Ich esse lustigerweise auch irgendwie gerade weiter. Ich brauche noch ein paar Slips. So. Hmhm. 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 Kann man nicht stacken? Okay. Schau mal nicht. Ah, shit. Das geht gerade nicht so, wie ich das vorhabe. Ah, ich weiß, was ich mache. Hmhm. Boah, diese Lachs gehen mir gerade auf den Saal. Nein, nicht nur dir. Ich bin hier gerade was am Bauen. Na, und dann leckt das, ne? Ja, ich starte gleich eben den Server neu. Weil alles andere hat, glaube ich, gerade keinen Sinn sonst. Ja, warum hat er mich auch anders? So. Jetzt brauche ich noch ein paar Släppity Slaps. Ich würde gerade eben mal sagen, dass wir mal eben ein Päuschen einlegen. Am besten jetzt und dann, ja, ja, doch jetzt. Und dann, ähm. Ich sag ja gerade jetzt. Ich bin hier gerade so schön aufbaut. Ja, wir sehen uns gleich wieder und dann hoffentlich mit ein bisschen stabileren Server. Ich weiß nicht, was los ist gerade. Schade. Sorry. Bis gleich. In der nächsten Folge. Ciao. Ciao.